Kennen Sie türkische Fußballspieler? Nee, also Fußball ist gar nicht meins. Nein, 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 nein. Ah doch, mein Schulkollege, der Volkan, der spielt da in der Landesmannschaft. Mein Schulkamerad, der ist irgendwann professioneller Spieler geworden, war bei Eintracht Frankfurt und ist dann jetzt irgendwie in die Türkei. Der müsste da spielen, Volkan, weiß nicht mehr. In der EM hast du gepuppt? Nee. Nein? Nein. Vor allem nicht. Okay. Nein? Nee. Doch, nur Halbtürken. Für Deutschland gespielt haben. Ja. Der Özil. Was ist Özil? Ist der Türke? Türkei hat für Deutschland gespielt. Ach so. Er ist aber Türkei. Ja, das ist meint. Gündogan. Gündogan auch. Gündogan. Oh, Ötzenmir. Der ist Politiker. Da sind wir, da sind wir, glaube ich. Da sind wir nicht so bewandert im Fußball. Nee, leider nicht. Also unseren Ötzenmir, den kennen wir. Das ist ja der grüne Politiker. Ja, genau. Ja, also der ist mal ganz sympathisch übrigens. So als Mensch. Nach der EM. Ada Güller kenne ich. Den kenne ich. Sonst eigentlich nicht. Nein. Nur Ada. Nein. Nur Ada. Okay. Ada. Nur der. Nur der? Ja. Ada Güller? Ja. Sonst keiner. Kennst du türkische Fußballspieler? Ich glaube, keinen einzigen. Keinen einzigen? Wenn sie mir einen sagen, bestimmt. Aber so fangen wir aus jetzt nicht. Okay, auch nicht nach der EM? Keiner? Ich habe die türkischen Spiele nicht geschaut. Oh, okay. Über, ähm, habt ihr die EM verfolgt ein bisschen? Ja, so ein bisschen. Ähm, fallen euch türkische Fußballspieler ein? Ähm. Ada Güller? Ja. Ada Güller? Ja. Oh, sonst. Äh, Yildiz. Das glaube ich auch noch. Ähm, ja, sonst jetzt nicht so. Ja, bei mir auch. Okay. Ada Güller. Kennen Yildiz? Ja, Yildiz. Ähm. Ja, mehr kenne ich nicht. Okay. Ada? Oder wie heißt der? Genau. Ada Güller? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Sonst keiner? Ich nur gucken. Okay. Ich kenne nicht alle. Macht nichts. Ähm, Bura Gilmas. Bura Gilmas, ja. Aber mehr nicht. Mehr nicht.